Was geht ab Leute, euer Ace hier und heute mit einem neuen Pokémon Video und zwar ein spezielles heute mal und zwar ein, einen Moment ich zeige es euch, ein Pokémon Team was ein bisschen anders heißt als sonst und zwar ein Mystery Team, hier könnt ihr es ja mal sehen, ein Team nur aus mysteriösen Pokémons, diese Videoidee habe ich, keine Ahnung, heute Morgen gehabt. Und jetzt habe ich sie gleich durchgeführt und das ist unser Team, einmal Zerora in Shining, jeder kennt das Event, Keldeo, Grüße gehen raus an Lichtberni, Zerud, Grüße gehen raus an meinen kleinen Stiefbrunnen Leo, der das Pokémon ultra cool findet, Magiana, Mars Shadow und Melmetal und dieses Melmetal habe ich aus Pokémon Go, ist legit, hier könnt ihr es ja mal sehen, ich sehe das, oh man, das war jetzt cringe. Ein Moment, so, ähm, hier einmal das Melmetal, äh, jetzt haben wir, bin ich, jetzt irgendwie, Bericht, hier könnt ihr es sehen, aus Pokémon Go, Level 100, Original Trainer Adam, ähm, ja, Herkunft Pokémon Go, genau, das ist unser Melmetal. Und mit dem Team treten wir jetzt an und sobald wir den Gegner gefunden haben, dann melde ich mich. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden und zwar Fofo, hört sich cool an der Name, ähm, genau, ich tue kurz die Regeln festlegen und zwar, wir spielen ein Double, also ein Double, Double auf Level, 50 alle, von 2 bis 6, ähm, genau. Wow, sonst können wir unser Team nicht spielen, weil wir spielen bei The Root und Mars Shadow Life Orb. Mal schauen, mal schauen, was unser Gegner jetzt macht, wie er spielen wird. Hab alles hier offen schon, um zu gucken, falls irgendwas schief gehen sollte, was eigentlich nicht der Fall sein darf. Er spielt selber so ein Team, okay. Äh, Libarello wahrscheinlich mit, äh, Libaro-Fähigkeit, Lunala, Magda, Säugaleo, Mewtwo, The Root und Celebi. Wenn die alle entscheidend sind, ist er ein Ehrenmann, wenn nicht, dann trotzdem GG an ihn. Äh, wir lieben mit Kedio und... So, wir sind ready. Mal schauen! So, wir sind übersteuert, Alter. So. Mewtwo, äh, was für Mewtwo, äh, der Lead ist schon mal relativ gut. Durch den Cinderace Lead und wir kriegen hier gleich den, äh, Diebschatten raus mit Mars Shadow gegen Lunala. Mal schauen, vielverschwäche Geist. So ein kurzer Prozess, so ein kurzer. Okay, Mars Shadow verliert Leben, gar kein Problem. Kedio direkt mit Sina, was er hinterher gegen das Cinderace und Cinderace ist ebenfalls raus. Leute, ich, ich, ich bin grad hyped. Ich bin hyped. Mit seriösen Pokémon Sins zwar richtig cool, aber ich hab Kedio und Zerro in meinem Draft Team, deswegen, Leute, verpasst dieses Match nicht. Und Eigenwerbung stinkt immer, ich weiß, aber trotzdem. Mewtwo, okay. Wunscher für das Silly Bee. Es ist das Silly Bee aus dem neuen Film. Oh, ich spüre die Anspannung. Ich spüre sie. Okay, ihr seht, ist der Root jetzt in Action. Diebschatten gegen Mewtwo. Wir schaffen es, wir schaffen es. Okay, bis jetzt keine Dynamax. Doch, es gibt die Dynamax und zwar auf Mewtwo. Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, wie stark was Shadow gegen Mewtwo ist. Es wird sehr, sehr interessant. Es ist ein sehr interessanter Fight. Das definitiv. 50 Prozent, okay. Ist gut, ist sehr gut. Kann man machen. Kann man machen. Und Zauberstellen, um zu... Ah, nee. Uh, das ist sehr effektiv gegen The Root und gegen Mewtwo. Also gefährlich sind die beiden auf jeden Fall. Gerade die gegnerischen Pokémons. Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir gehen auf Dark Lariat gegen... Selebi. Was kriegen wir da raus? Äh, senkt die Verteidigung. Nee, da machen wir es ganz normal. Einfach so. Genau. Das war's. Mewtwo ist raus. Es läuft perfekt. Es läuft einfach gut. Genauso soll es laufen auch. Dark Lariat gegen Selebi. Selebi kriegt Dark Lariat. Und... Zerud macht den One-Shot. Zerud macht den One-Shot. Ich sag's euch. Wir drücken gleich auf die Dschungelheilung. Vermutlich. Um mal einfach sicher zu gehen, damit jedes Pokémon einfach... etwas geheilt wird. Und ja... Ich hab kein Trinken grad dastehen. Mann. Ich bin real. Ich hol jetzt mein Trinken einfach. Und zwar steht sowieso hier. Okay. Er holt selber sein Zerud raus. Es wird lustig. Es wird sehr lustig. Oh mein Gott. Okay. Welches Zerud... ...ist besser? Ist jetzt hier die Frage, ne? Wir gehen auf die Dschungelheilung. Und nehmen direkt erstmal... ...sein Zerud raus. Sehr schön. Sehr schön. Einfach sehr schön. Dschungelheilung kommt. Krasses Supporter-Pokémon eigentlich. Flammenblitz kommt gegen Zerud, war klar. Nein, gegen... ...gegen Machado. Machado überlebt! Machado überlebt! Bro, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber dass Machado das überlebt hat... ...hätte ich niemals erwartet. Nicht mal in 100 Jahren. Hier. Last Mon. Den kann man noch zeigen. Hier, Melmetal zeige ich euch noch. Ich will nicht, dass mein... ...Machado jetzt stirbt. Ich hol das 6-0 raus. Ich hol einen 6-0. Oh nein, es hat überlebt. Ich bin so dumm. Egal. Flammenblitz gegen... ...Saurud. Was zum Teufel? Was war das? Was war das? Du besiegst Fofo. Ihr seht, 6-0 gewonnen. Mysteriöses Team. Bestes Team. Leute. Äh... Für das Video will ich auf jeden Fall ein Like sehen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht gerade. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, was für Teams ihr nochmal... Also was für Themen... ...Pokemon-Teams ihr sehen wollt. Zum Beispiel Region... ...interne Teams. Das heißt zum Beispiel Galar. ...nur Galar-Pokemons oder... ...nur Kanto-Pokemons. Ohne Galar-Form. Also nur die Pokémons, die es zum Beispiel auch in Kanto zu fangen gibt. Solche Ideen oder... ...jetzt zum Beispiel 6 Legendaries. Solche Teams. Da habe ich auch mir gedacht, so... ...vielleicht mal... ...ein Team mit Reshiram. Bei Reshiram ist eins meiner Lieblings-Legis. Habe ich mir echt überlegt. Und da gucken wir einfach mal. Und genau. Wie gesagt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne. Und... ...da sehen wir uns beim nächsten Video. Solange... ...wünsche ich euch noch eine... ...tolle Woche. Ich bin raus. Euer Ace. Peace. Arbeitsplatzes. ... ... ...